Hallo, Servus und grüß miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc, dem Zitronenarzt. Ja Leute, es geht nochmal um die HP Reverb G2. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen bezüglich dem Problem, dass Steam Home ruckelt wie Sau. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hatte ich selber auch gehabt. Vor allem, wenn ich Steam Home aus der Brille geöffnet habe. Ihr habt ja die Möglichkeit, dass ihr euch dort den Desktop anzeigen lassen könnt in der Windows Mixed Reality Umgebung und dann könnt ihr dort Steam starten und das hat einfach geruckelt wie sonst was. Abhilfe hat geschafft bei mir, wenn ich das Ganze über den Rechner gestartet habe. Das heißt, ich bin an den Rechner gegangen und habe von dort aus Steam und Steam Home geöffnet. Dann läuft es sehr flüssig. Aber Leute, leider auch nicht immer. Und ich wollte es auch aufzeichnen und ich will euch das nicht vorenthalten, wie das aussieht. So sieht das Ganze nämlich aus. Gefühlt irgendwie fünf, sechs Bilder pro Sekunde und an den Seiten immer diese schwarzen Ränder, die da reinglitschen. Also es sieht jetzt hier auf dem Video noch fast schön aus, wenn man die Brille auf hat. Das ist echt nur noch übel, weil vor allem auch diese zeitliche Verzögerung noch dazu kommt. Richtig hässlich. So, wenn ihr dieses Problem habt, dann wie gesagt, könnt ihr mal probieren, das über den Rechner zu starten, aber funktioniert nicht immer gut. Es gibt aber noch eine andere Lösung und zwar hat mir das hier der Repu 1980, hat mir das gesagt. Er ist ein sehr gutes Community-Mitglied, der auch so eine Brille hat und der hat gesagt, hey, mach doch einfach Steam Home aus. Da habe ich gesagt, gute Idee. Wie macht man denn das aus? Ich finde es nicht. Und er hat es mir gezeigt. Ich will euch das auch mal schnell zeigen. Vor allem, wenn man Steam nicht auf Deutsch installiert hat, beziehungsweise, wenn man es nicht, Moment, sollte anders heißen, wenn man Steam auf Deutsch oder in Deutsch installiert hat. So, ihr geht mal bei eurem SteamVR für Windows Mixed Reality Brillen hier oben auf diesen Menübalken, klickt auf Einstellungen. Jetzt geht das bei mir leider hier unten auf, warum auch immer. So, da haben wir es. Unter der Rubrik Allgemein habt ihr SteamVR Standort und das ist SteamVR Home. Und das ist bei euch wahrscheinlich auf Angeschaltet. Das müsst ihr ausschalten. So, wenn ihr das gemacht habt, ich würde SteamVR nochmal neu starten, zur Sicherheit. Er macht es zwar direkt, aber wie sagt man so schön, ein Boot tut immer gut. Und wenn ihr das ausgeschaltet habt, fragt ihr euch jetzt dann vielleicht, ja, wie sieht das aus? Kann ich überhaupt noch was bedienen? Ja, das sieht wie folgt aus. Ich zeige euch das auch mal schnell. Jetzt habt ihr nachher so einen Curved Monitor vor euch, der läuft sehr flüssig. Und hier habt ihr die ganz normale Steam Bibliothek. Da könnt ihr euch drin austoben, eure Spiele starten und so weiter. Das läuft sehr flüssig und macht zurzeit keine Probleme. So, weitere Frage war, betrifft das nur die HP Reverb G2? Ich kann nicht für alle Brillen sprechen, aber ich habe ja noch die Samsung Odyssey, die ja auch eine Windows Mixed Reality Brille ist und die zeigt dieses Phänomen nicht. Das heißt, es taucht momentan bei mir auf jeden Fall bloß mit der HP Reverb G2 auf, hat aber nachher keinen Einfluss auf die Spiele. Und wenn ihr Steam Home abschaltet, habt ihr sicher einen guten Workaround und dann sollte es funktionieren. Sollte eure Brille, habt ihr jetzt auf das Video geklickt, weil ihr dachtet, ja, vielleicht kriegt ihr ein paar Informationen bezüglich, oh, das Tracking geht verloren oder die glitschen weg, die Controller, das Bild steht plötzlich Kopf. Das liegt sehr wahrscheinlich an einer, ja, sagen wir, leichten Inkompatibilität vom USB-Port. Ich verlinke euch da oben mal eines meiner letzten Videos dazu. Ihr könnt grundsätzlich mal meinen Kanal durchstöbern. Ich mache jetzt, glaube ich, heute auch mal eine eigene Rubrik, HP Reverb G2. Dabei, dort erkläre ich euch das, was das mit den Weglitschen zu tun hat. Das liegt häufig, wie gesagt, entweder an einer leichten Inkompatibilität oder an einem Hub, der dazwischen ist, der das Timing nicht mehr rechtzeitig schafft. Und wie ihr das umgehen könnt mit USB-Karten, verlinke ich euch, wie gesagt, mal hier oben das Video. So, das war es von meiner Seite. Es wird demnächst noch ein bisschen Content kommen, zum Beispiel, wie kriege ich das Face Cover breiter. Mein Kopf ist zu breit für dieses Face Cover. Inzwischen passt es sehr, sehr gut, aber das war nicht immer so. Wird demnächst auch noch kommen und ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen helfen. So, ich verbleibe mit Spielt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Abo dalassen, Däumchen nach oben. Ciao. Ciao. Tschüss.